Er ist der Liebling aller Frauen. Ein echter Charmeur. Der einzig wahre Don Juan im deutschen Fernsehen. Sozusagen. Sein unsagbar großes Einfühlungsvermögen. Musel zu klein, zu viel Pickel, Arsch zu groß. Sein Taktgefühl. Sind der Travestis da? Nein. Seine ganze Herzenswärme. Mein Funkos? Ich hab Racken aus 30 Bundesländern. Bisher nur auf Viva 2. Ja, das ist ein bisschen schon da. Doch, dann ist das gut. Doch damit ist es jetzt vorbei. Ex oder Sex? Nils Ruh macht euch auf Viva glücklich. Wir reden hier dauernd über so ein Schweinkram. Befriedigung garantiert. Ich kann sie mal halten. Kamikaze. Jetzt auch auf Viva. Heute 23 Uhr. Glaubst du, dass die Elemente tun, was sie sollen? Nicht, was sie wollen. Glaubst du, oder? Wenn du das glaubst, wirst du nie sehen und verstehen, was ich meine. Ich sage, ich will frei sein. Frei wie der Wind, wenn er weht. Frei sein, frei wie ein Stern, der am Himmel steht. Frei sein. Tschüss.